Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, heute machen wir aber die Quest. War ja ganz, ganz, ganz schnell durch Lauf. Ja, heute machen wir die Quest. Irgendwo will ich nur noch deponieren, die Sachen, die wir haben. Und ja, dann plündern wir das Häuschen, geben die Quest ab und dann müssen wir. Müssen ist gut, aber ich will für die Horde vorbereitet sein. Ich will das Ding weiterbauen und dann machen wir noch eine Quest. Ich meine, die Questbelohnung war schon echt nicht schlecht, die wir von Jan bekommen haben. Also das war schon ganz gut mit dem Gewehr und so und davor auch das Fahrrad. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Oh, das Wetter, das Wetter. So, hier, Lootbox, Lootbox, Lootbox. Ach komm, wird so dorstig und so. So, was haben wir da drin? Nix, was haben wir da drin? Wir haben mal das hier. Wir haben, ja, wir haben mal das hier. Och, Schmerzmittel, Aloe-Creme, yeah. Einfach wirklich toll. So, bei dem Mistwetter sollten wir uns drinnen aufhalten. Das werden wir jetzt machen. Hier bin ich. So, na dann. Der, 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 leer, leer. Ah, okay. So, wir können dann durch. Wir brauchen nur die Vorräte holen. Das geht alles. So schlimm ist das nicht. Wird geblündert und gelootet. So. Heiho. Am Dachboden sind die Leute froh. Das ist ein wuffiger Rucksack. So, wie spät haben wir es eigentlich? Mittags, okay. Da hinten, da die Füße. Oh, war das ein schöner Schlag. War das ein schöner Schlag. Super. So, die Dame im Bad. Wunderbar, die Dame im Bad. Der wird nicht fad. So. Da waren wir jetzt auch schon drin. Oh, wie cool. Wir kriegen jetzt wirklich tolle Sachen. Ach ja, wo war denn das? Ist das das hier? Nö, Quest hier. Tagebuch. Nö, Spieler. Ja. Okay. Gegner Kings. Okay. So. Hi. Ach so, da hinten. Mhm. Da wollte ich doch auch einschauen. Ui, die Dame. Die ist aber auch so flink immer. So, können wir das hier gleich reparieren? Dankeschön. Noch so eine Dame hat er im Haus. So, er war. Und du? Steht er wieder auf? Der nicht. So, was findet man noch für schöne Sachen? Glaubt er Sachen, die uns Freude machen? Nein, nein, nichts weekend. Wo ist er? Da unten handeliert er. So, mal schön die Handtasche brüllen. Oh ja. Kommt der da jetzt durch? Oh, noch mehr eine OE-Creme. So, pass auf. Auf dieser Ebene, hier. Ach, unten. Im Keller. Okay. So, dann nehmen wir die Stühle eben mit. Hallo. 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 Schon wieder so schnell einer. Ja. Junge Dame. Einfach dazulegen. So. Oh, ein Fahrrad. Also ein Rad. So. So, voll in der Müll, da sind wir dabei. Oh. Cool. Auch von der Farbe her. Dann gleich anlegen hier. Sorry. Da sitzt wer. Da sitzt er. Denen geht es nicht gut. Die haben Plastik im Blut. Und im... So. Ein bisschen von Sport da schon. So, hier. Schon wieder sie. Die sammelt die Dame mit dem Gleitchen. Ups. So. Ich wollte jetzt gerade sortieren meine Sachen ein wenig. So. So. Verändern. Yeah. Und... Gerade die lilo Farbe nehmen wir nachher rein. So. Benutzen. Machen wir da gleich mal reparieren. Und hier könnt ihr mal herrund randalieren. Und hier könnt ihr mal herrund randalieren. Und hier könnten... Okay. Oh. Oh. Wie cool. Nein. Bitte die Nahrung. Dankeschön. So, und da oben auch kein Kleinsicht Boah, 22 Schuss von dem Zeug So, eine Rohrbombe Hier würde ich gerne gleich mal rosa raus Und das packt mir irgendwas anderes rein So, die kann man scrapen Ach, wir haben so viel Zeug dabei wieder So, wir müssen nochmal runter So, und auf dieser Ebene befindet sich die Das haben wir schon befindet sich die Vorratstasche Wahrscheinlich im Ofen Nö Super So, dann nochmal hier rein Okay So So Und passt Yeah So, dann laufen wir mal rauf Mit Taschenlampe und so Ja, ja So, wie sind wir reingekommen? Hier wohl nicht Würde ich mal sagen Wir machen hier Uns einen schnellen Ausgang Oh Ach ja So Raiden mit dem Händler Das werden wir gleich machen Oh Wie schön Das Wetter passt Als wir reingingen War das Wetter nicht so gut Hier sind wir So Raiden mit dem Händler Sollten wir nicht vorher unser Fahrrad holen? Ja, ja Gehen wir da zuerst mal nach oben Und legen die Medikamente und so weiter ab So Yeah Also Muni 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 Das Blatt da Ja, ist der Hunde Ich weiß es nicht Brauchen die da? Ich glaube eigentlich nicht Aber egal Egal So Passt so Äh Super So Ach Zwei sind das Das sollten wir nutzen So Kommt mal her Meine Freunde Der ist gleich liegen geblieben Ah, der kommt irgendwie immer nur wenn es regnet oder so So Da haben wir nichts mehr Da haben wir ein bisschen was Das könnte man mitnehmen Ich überlege gerade, was wir verkaufen können So Ja, jetzt hier Fahrrad aufbewahren Hm Hm Ich würde gerne echt machen So So Na dann Mit dem Fahrrad zum Trader Rede mit dir Ja Mach mal gleich Wie schön So Dann sind wir hier Was kommen wir weg Das war eine ganze Menge So Auch was weg Uff Ganze Menge So Skibrille Das werden wir verkaufen Das werden wir verkaufen Ja Kaffee lassen wir uns Das ist wichtig Das finde ich ist wichtig 7000 Ach, gehen wir mal rein Gehen wir mal rein Nein So Jawohl So Dann gehen wir die Gefäste ab Ja Toll Wo kommen diese Hunde her So Lederbein-Schienen vielleicht Nö Hier So Irgendwas in der Nähe Irgendwas ohne Hunde Ach komm, machen wir was mal So, was brauchen wir Schürf Wunde Hier Schürfhunde Schürfhunde Erste Hilfe Aloe-Creme Hier Hier Honig Hier Hier So Währenddessen Wir verkaufen hier mal Inventar So Das kannst du haben Taschenlampe Yeah Das hier Das hier Skibrille Oh, ein Dreierhammer Super So Das werden wir mal Trinken Vitamine Behalten Das Behalten Ja, ja Danke Okay Und wo ist er? So Deinen Freund Habe ich erschossen Ich weiß nicht Tut mir das leid Nö Sehr schön So Die arme Jen Von wilden Hunden Überfallen So Jetzt packen wir hier noch schnell rein Was wir noch da haben Ja Öffne dich Das müssen wir nachher dann Ist da noch was drin? Nö Das müssen wir nachher dann mal alles so richtig schön sortieren Ja, aber zuerst mal die Horde nach Ach komm, ich habe gerade alles weggelegt Ach ja Ach ja, ach ja So Da sitzt er Leider Haben wir jetzt das Fahrrad mit hier Gut Also gibt es hier irgendwo eine Lootbox Weil eigentlich Grumpy's Pub So, das werden wir dazu machen Zwei, drei und vier Heute haben wir jetzt keines dabei Wir müssen uns einen Baum holen Da waren wir drinnen Links von uns, oder? In dem In dem Diner da Weiß es nicht Ich weiß es nicht So Yeah Und das können wir schön hier an der Ecke Ja So Dann würde ich hier sagen Aufbewahrungskiste Wieder drei Fertigen Aber waren wir hier nicht drinnen Da oben In dem Lootraum Ich bin mir echt nicht sicher Ich kann mich nicht mehr erinnern Oh, ein Hase Okay So Dann haben wir mal Eins Und Zwei Und Drei So Und jetzt ganz schnell mal Irgendwie Schauen Ob wir irgendwo in einem Eingang Die Tür lässt sich nicht öffnen Nö Da können wir uns hochframen Da sitzt auch einer Machen wir das mit dem hochframen Nö Ich glaube, dafür ist es nicht da Ich würde aber echt gern Was ist das für eine miese Gehirn eigentlich Komm Wir schauen einfach nur mal rein Zumindest wird das keiner Da ist er Aufs Knie Ja Wir haben eher den Kopf hier So Und nochmal aufs Knie Komm Eingesunken Kassablündern geht nicht Gut Lämmel 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 Jetzt hinter sich Kassablündern geht nicht So Eine Waffe Ach Ja Mhm Dann will ich rein So Okay Okay Aber die Decke ist nicht so Dass das extrem viel Platz dazwischen ist Das wäre doch auch Eine schöne Location Eigentlich Ja genau Ja genau Kann ich da durchschießen Das wäre so schön jetzt War doch gut Oh wie viele Yeah Die Party Gang Oh Ich dachte es ist Milly drin Wee Party people all around Na komm Hier sprechen wir Ganz klare Worte Oh So was Hi Ja So da ist der Hund Jetzt schauen wir da noch rein Okay Einen Hund Haben wir hier drin Das heißt Da müssen wir uns dann Was einfallen lassen Mal die Queste machen Auf die Hüfte Achso da drinnen Ja ist okay So Oh Oh Habt ihr das gesehen Ist das cool Ah Oh so cool Wir schauen gleich ins Inventar Wahnsinn Okay Okay Wow Hier Waren zwei Roboten Geschütz Munition Hier Scheinwerfer Yeah Hier Oh Eisensperre Und hier Selbst die Autos Und die Die Vierer Wahnsinn Oder Bei die Vierer Und hier 8,6 Hallo Darf ich an deine Küche Guter Mann So Die ist nämlich Sicher super Okay Okay Hier Nö Verdorbenes Ja Okay Oh ja Toilettestürung Bücher Was für eine Cooler Location Hoodie Der Hoodie Von gestern So Da waren wir drin Da waren wir drin Da waren wir drin Okay Da war auch der Hund Aber Ich will da noch rauf Da rauf will ich Da könnte man herrlich Eine Nacht Verbringen Gut dass es kein Vögelchen ist Ja Nette junge Dame Aber Da muss ich sagen Nö Da bleiben wir nicht Ja Aber eigentlich Mit dem Zaun rundherum Schöne Location Schöne Location Na gut Super Fahrrad Ja So was haben wir denn dafür Oh da haben wir schon die Ja So Aber verändern Das kommt raus Oh Oh Endspegermesser Das ist auch cool So Haben wir da noch Sachen mitnehmen 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 Nö Alles super Alles super Was für eine Schöne Location Hier Die hat mir sehr sehr gut gefallen Machen wir die morgen nochmal Ich würde ja tatsächlich Na komm Weil Das Problem ist Wenn wir die heute machen Die haben jetzt schon heftige Überlinge Aber Ich habe eine Idee Eine Idee Oh der Hase So Ganz fies natürlich Dass der Hund da ist Das ist natürlich ganz fies Böser Hund Böser Böser Hund So Moment Wir werfen mal Besicht auf Die Hauskiste Ja Wir machen mal eine Dankeschön Wo ist das Fahrrad da? So Das ist da auf der Seite Ich möchte alle Sachen Mal zusammen haben So Nämlich hierher Setzen wir die mal So Alles rüber Und hier auch Sortieren Wie gesagt Später 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 So Ist da noch was drin? Nö Super Ja Die Tür geht von alleine zu So Jetzt fahren wir nochmal hin Und schauen wir nochmal nach Oh Oh 19 30 Wahnsinn So Säubere das Gebiet Ich weiß aber gar nicht Wo wir hinkommen Oh Und Hunger haben wir auch Schon wieder Oh Ich weiß gar nicht Wie wir da reinkommen Also wo der richtige Weg ist Hier So So Hi Ach ok Moment Nachladen Wie bitte So Moment Hier brauche ich auch noch Hier ist drin Oh Nur mal leeren Au Au So Auf der Toilette War in der Damen Toilette Ein Herr Was beschützt du so? Abstand eines Altes Wasser Yeah Super So und hier Der Bücherstabel Justice So Kaffeeautomat Ganz gute Sache So Dann würde ich mal sagen Ganz schnell Hier Ok 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 Ich hab den Hund vergessen Da ist er ja Oh Ich hätte jetzt gerne So eine Eine Bogen Boah Wie viele Da drüber Klopfen Sammelt euch mal Hier Dahinter Ok So Ich möchte mal Hier Achso Da kommt gar keiner Jungs Ihr seid viele Haufen Ich wünsche mir einen Haufen So Und den Hund haben wir auch erledigt So hier So hier ist noch einer Heiho So Nö da nicht Ist das der Der da Aus der Kälte kam Oh Medikamente So Super Ich hätte echt gerne Essen Das ist doch Essen Hier So Machen wir hier nochmal Auf Oh wie cool Also dieser Lootraufen hier Oh diese Box Ja ja Komm So Working Steve Yeah Oh das muss gelootet werden Yeah Okay So Und Bäm Mit zwei Büchern Hier Oh Hydraulik Schockrückschlag Oh Komm Lang Da Elektronik Wahnsinn So Und dann noch hier rauf Würde ich mal sagen Da ist die Leiter So Machen wir das so Und mit der Rauf Mit uns Och super Kommt ihr jetzt Ach Wir machen das so Linge Dame Ui Au Okay Puh So Aber wo ist der Letzte Der oder die Letzte Ja Null Toll Ja ja Ach da So Super Und raus Mit uns So Zurück zum Händler Oh Ist das cool Ist das cool Wir haben es geschafft So Also Fahrrad nach unten Oh Super Oh Oh So Meine Lieben Das war's Für die heutige Folge Ich bedanke mich Fürs dabei sein Und Wir sehen uns Wieder in der Nächsten Folge Ja Nacht Folge Ist dann wieder Muss sein Wird aber gut gehen Wird aber gut gehen Ähm Wir machen nur Gemeinsame Sachen Ich weiß Bauen und so Aber Och komm Ist doch wieder ein Hund Wow Zombiehund So Ja Tut mir leid Aber Ja Er hat es aber auch verdient Ach wir haben doch irgendwo ein Messer Ja Ja Aber nicht dabei So Jetzt ist das auch kaputt So meine Lieben Ich hätte vor Dass ich das hier Alles vorbringe In die Kisten vorne Und vielleicht die Kisten auch dort platziere So Und dann vielleicht noch 1, 2, 30 Holz Blöckchen baue Damit man am Tag 7 Gemeinsam Schön weitermachen kann Aber was braucht man hier Was ist denn das für ein Effekt Effekt sehr Hier So Na dann So Und das hätte ich vorgehabt Dass ich euch da ein bisschen Ein bisschen sortiere Das heißt Drüben Vielleicht 2, 3 Aufbewachungskisten Fertigen Kiste Probieren wir mal Ob das noch Kiste Hier Kiste So Ich freue mich Wir machen das hier Drüben Und dann meine Lieben Sehen wir uns In der nächsten Folge Bis dann Tschüss